Liebe Kirchweigäste, ich begrüße Sie im Namen des Kreisverbandes Reutlingen Landsmannschaft der Banate Schwaben zu unserer neunten Banate Kirchweig, die wir dieses Jahr nach dem Brauch des Banatedorfes Logowatz abhalten. Mit der Deutschlandhymne und der Banatehymne, gesungen von den Banatesolisten Erngard, Holzinger Fröhr, Melitta Giel und Dietmar Giel, begleitet von der original Donausschwäbischen Blaskapelle Reutlingen unter der Leitung von Hans Fröhwald, eröffne ich die neunte Banate Kirchweig hier in Betzingen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, frügerlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit für das große Vaterland. Amen. Heil dir mein Heimatland, Heil dir mein Nachterland, Heil und um Ort. Ewig zu Gottes Heer, Zeuge, was groß und hehr, Rage, Frau und Fels zum Hehr, der Freiheit hehrt. Ewig zu Gottes Heer, Zeuge, was groß und hehr, Rage, Frau und Fels zum Hehr, der Freiheit hehrt. Möge der Frieden in dem vereinten Europa uns für immer gewährt bleiben. Es folgt nun die Europa-Hymne. Möge der Frieden in der Welt 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 Möge der Frieden in der Welt